Ganz viele Geschenke warten heute auf euch und ich bin so bewegt und so freudig, so viele Geschenke einfach mal so überbringen zu können für euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und wir sind heute mit unseren Smarana-Partnern für euch, haben wir uns versammelt und sind hierher gekommen. Und jetzt möchte ich euch auch nochmal die Partner alle vorstellen, beziehungsweise sie werden sich selbst vorstellen. Mein Name ist Marianne Selina von Smarana Yoga und Heilung und ich habe euch heute ein Geschenk mitgebracht, welches ich euch überreichen möchte. Mein Name ist Paul Wetschalk, ich bin von Smarana Energetik und freue mich, dass ich heute hier auch dabei sein darf und auch euch ein Geschenk machen darf. Smarana, ich bin Silke Soraya, ich vertrete Smarana Art & Soul und freue mich auch sehr, heute hier dabei sein zu dürfen und möchte später mit euch ein Gebet der Dankbarkeit sprechen. Ich bin Helga Safira von Smarana Akasha und freue mich auch sehr, hier mit dabei zu sein. Und mein Geschenk für dich, für uns alle ist dann eine Klangreise, in der wir Kontakt zu der Heiligen Familie in uns aufnehmen. Und ich denke, ja, diese Kraft in uns stärkt uns für diese Zeit und freue mich schon sehr. Mein Name ist Diana Mangala, ich bin von Fülle und Bewusstsein, also Smarana, Fülle und Bewusstsein, da findet ihr mich. Und ich habe ein ganz besonderes Geschenk auch für euch. Ich werde euch das Om Triambakam singen. Es ist ein ganz, ganz kraftvolles Mantra, schickt es genau dorthin, wo es gebraucht wird, für Freude. Und ich freue mich jetzt schon auf diese schöne, schönen Schwingungen, die dann zu euch kommen. Ja, ihr Lieben, ihr habt gehört, es ist also ganz viel Schönes vorbereitet für euch. Und ich werde jetzt schon mal beginnen und uns alle einstimmen, werde die göttliche Energie einfach rufen, ein kleines Channeling machen, sodass wir dann so richtig voll uns von den Energien einhüllen lassen können und richtig schön den Frieden und das Licht und die Liebe genießen können. Ja, dann fange ich jetzt auch gleich an. Sei gegrüßt, geliebter Mensch. Sei gegrüßt, geliebte Menschen, Familie. Immer wenn zwei zusammen sind, kannst du die Energie von Jesus spüren. Kannst du die Energie von allem, was ist, spüren. Und so haben wir uns heute versammelt, um gemeinsam das zu fühlen, was von Gottes vollkommener Liebe für uns immer bereit ist. Es ist eine Zeit, in welcher wir uns zurückbesinnen können auf das, was wirklich zählt. Und das ist immer, immer wieder die Liebe. Und so fließt die Liebe und das Licht, diese wundervollen Energien, heute durch diese Sendung, heute zu dir in dein Herz, zu dir in deine Seele und die Engel, sie sind bei dir. Sie halten die Energien und sie stehen an deiner Seite. Und so versuche, die Energie zu halten, damit du so viel ihm möglich aufnehmen kannst und fühlen kannst. Und so fühle deinen Herzensraum, lasse dich ganz in deinem Herzen hineinfallen und wandere mit mir in dein erstes Chakra. Wir werden in unseren Chakren die Lichter, die Kerzen des Adventkranzes entzünden. Spüre in deinem ersten Chakra das Licht des Friedens. Lasse dieses Licht ganz weit sich ausdehnen. Nimm das Licht des Friedens in deinem ersten Chakra wahr. Komme ganz in deinem ersten Chakra an. Und dann nimm wahr, wie das Licht in dein zweites Chakra hineinfließt, den Glauben, in dir entfaltet, ganz weit sich ausdehnt in dir, größer wird, weiter wird. Spüre diese Liebe, dieses Licht im zweiten Chakra. Und dann wandere in dein drittes Chakra hinein. Und nimm dort die dritte Kerze wahr, die Kerze der Liebe. Ganz weit sich in deinem dritten Chakra ausdehnt, sich entfaltet und schon in dein Herz ins Raum hineinleuchtet und sich dort weiter und weiter ausdehnt, wie die goldene Sonne in deinem Herzensraum sich entzündet. Dein Herzensfeuer, das Christuslicht, in dir entflammt. Spüre dieses Licht und die Liebe, die göttliche Ich bin gegenwart in dir. Lass nun dieses Licht zur Erde fliessen und zur Menschheit. Ich werde jetzt dreimal die grosse Invokation sprechen. Und du kannst mir den Geister folgen und eben dieses Licht und diese Liebe zur Erde, zur Menschheit fliessen lassen. Aus dem Quell des Lichts und Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht erwerben. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbeseelte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziehen, den die Meister wissen, dienen. Doch das Zentrum, was wir Menschheit nennen, entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichts und ziedle zu die Tür zum Überblick. Möge Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Aus dem Quell des Lichts und Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbeseelte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, den die Meister wissen, dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichts und ziedle zu die Tür zum Überblick. Möge Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Aus dem Quell des Lichts und Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbeseelte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meister wissen, dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichts und ziedle zu die Tür zum Überblick. Möge Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Möge Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Möge Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Lieber Gott, aus der Tiefe meines Herzens möchte ich dir danken. Ich danke dir für dein Licht und deine Liebe, deinen Schutz und deinen Segen. Du bist die Quelle meines Seins und ich danke dir für die gemachten Erfahrungen des vergangenen Jahres, an denen ich wachsen und mein Licht erkennen durfte. mein Herz ist erfüllt von der Liebe zu dir und ich danke unter Erde, dass ich stets auf ihr getragen und genährt bin. Ich bin voller Vertrauen und Zuversicht und bitte darum, dass dein Licht, deine Liebe alle Herzen dieser Welt erreichen möge. Möge Frieden und Barmherzigkeit, deine Liebe und dein Licht, Wahrheit und Klarheit auf allen Ebenen alle Seelen dieser Welt erreichen. Zum höchsten Wohle aller auf dem Weg in die neue Zeit. Aus tiefstem Herzen danke ich dir für mein Sein in dir. Amen. Ich lade dich jetzt herzlich ein zu einer Klangreise, in der du dich mit deiner inneren heiligen Familie Vater, Mutter, Kind verbinden kannst in deinem innersten Herzen und du kannst dazu gerne deine Augen schließen, dich mit deiner inneren Frau, mit deiner göttlich-weiblichen Kraft verbinden mit deinem inneren Mann, deiner göttlich-männlichen Kraft und mit der Magie deines inneren Kindes. Und es wird sich vereinen, diese Dreifaltigkeit in deinem innersten Herzen. Das ist deine goldene Mitte, aus der heraus strahlst du dein Licht durch dein Herz und schenkst es den Menschen in deinem Umfeld. Deine Amen. Amen. Die Energie der heiligen Familie öffnet jetzt in dir einen Raum für inneren Frieden. Und diesen Frieden wünsche ich uns allen aus tiefstem Herzen für diese Zeit und für das kommende Jahr. Hallo, ihr Lieben. Ich werde euch jetzt das Omdria-Makam schicken. Wenn du denkst, du kannst es für dich gebrauchen, dann denke ganz, ganz fest an dich. Geh tief in dieses kraftvolle, heilende Mantra. Und wenn du denkst, du möchtest es woanders hin schicken, zu irgendeinem, deiner Freunde, deinem Tier, all den Menschen, denen es nicht so gut geht, dann schicke es genau dorthin. Verbinde dich jetzt fest mit mir. Ich schicke es dir jetzt los. Viel Freude aus meinem Herzen. Om. 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 Shanti. Shanti. Om. Shanti. Ou. Frieden. alities. Frieden, Frieden und Namaste. Danke, ihr Lieben. Reich beschenkt fließen die Energien in deiner Seele und wenn du selbst jetzt mit deinem inneren Auge schaust, kannst du vielleicht erkennen, wie jeder Ton, jede Energie, wie ein goldener Segnungstropfen auf die Erde fließt, wie sich nun unsere Erde und alle Menschen in diesem goldenen Licht der Segnung befinden und du, du hast dies ermöglicht, weil du heute hier warst, denn auch du hast mit deiner Absicht und deinem Licht diese Energie verstärkt. Und so möge nun dieser Segen sich für das kommende Jahr auf jeden Tag legen, auf alle Menschen legen, sodass wir getragen von der Energie der Liebe durch das neue Jahr kommen werden. Und ich danke einem jeden Einzelnen, der heute hier war. So legt sich Smarana wie ein goldener Mantel um deine Schultern und du fühlst die Liebe Gottes, die Nähe Gottes bei dir. Meine Lieben, wir haben diese Geschenke mit unserer tiefsten Absicht der Liebe heute für euch gebracht und mein ganz großer Wunsch ist, dass es jedem Menschen gut geht, dass jeder Mensch für sich entdeckt, was sein Weg ist, wie es weitergehen soll und dass auch jeder weiß, dass wir nicht alleine sind, dass die Energien bei uns sind, die Engel bei uns sind und natürlich Gottes Liebe. Und so danke ich dir sehr und es darf noch mal ein jeder von uns vielleicht noch ein Wort sagen, so ein Abschiedswort, einen Wunsch für das kommende Jahr, welcher euch begleiten soll. Smarana, ich wünsche dir den Frieden, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung für das kommende Jahr. Lasse es dir gut gehen. Smarana. Ja, meine Lieben, es war schön, dass ihr heute bei uns hier dabei wart. Ich wünsche euch auch alles Gute für das neue Jahr und bleibt einfach bei euch in eurem Herzen und dann kommt alles gut. Ihr Lieben, ich danke euch und wünsche euch eine lichtvolle, friedliche, harmonische Weihnachtszeit im Licht Gottes, dem Kreise, eure Familien, bleibt bei euch, zentriert im Herzen und glaubt, alles wird gut, alles ist gut, alles wird sein. Am Herzen alles, alles Liebe für jeden von euch. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam schaffen wir es. Und wenn wir unser Licht strahlen lassen, dann verschwindet der Schatten. In diesem Sinne von Herzen alles Liebe. Und von mir, ich wünsche euch lichtvolle, wunderschöne, frohe Weihnachten. Mit ganz viel Liebe unterm Weihnachtsbaum, mit ganz vielen wunderschönen Liedern. Macht es euch bequem. Wenn du ganz alleine bist, egal, dann geh in die Stille und weißt, du weißt immer, wir sind alle bei dir. Lass dein Licht auch ganz alleine leuchten. Auch du, du wirst gebraucht für den Planeten, für dein Licht, danken wir dir trotz alledem. Ich habe euch alle lieb, uns allen schöne Weihnachten, alles Liebe und kommt gut und gesund ins neue Jahr. Ja, und so sagen wir alle Tschüss, alles Liebe, bis bald. Tschüss. Marana, 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 Marana.